Falsche Richtung! Falsche Richtung! Er kommt näher! Mach schneller! Ich kann nicht! Du hast den falschen Gang! Wie wechsle ich die Gänge? Woher soll ich das wissen? Du hast uns voll! Es macht schon weh! Zick zack! Sag mal, blinkst du etwa? Wie könnt ihr aufhören, mich anzuschreien, während ich uns rette? Der Weg! Wenigstens haben wir den Indominus abgehängt! Und wo gehen wir jetzt hin? Wie wäre es mit dem Genetik-Labor? Na ja, gewusst wie? Wie? Was ist? Keine Dinosaurier! Ihr seid keine Dinosaurier! Es ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten! Wie gesagt, wir sind echt froh, dass wir sie gefunden haben! Es ist total verrückt! Da draußen gibt es einen gewaltigen getarrten Dinosaurier! Nehm den regulären Dinosaurier an! Wir haben gehofft, jemanden zu finden, der... Seid ihr sicher, dass die Tür auch wirklich verschlossen ist? Äh... Ich denke schon... Du denkst? Oder du weißt? Äh... Entschuldigung... Wollten Sie noch ein Stück? Wisst ihr was? Wir sind am Ende! Die Dinosaurier sind ausgebrochen und niemand hat's mir gesagt! Sie sind alle geflohen, also eher nicht! Nur zu! Hau rein! Es gibt kein Freizeichen! Das Festnetz ist ausgefallen! Funken geht auch nicht! Und das Handynetz bricht ständig zusammen! Aber der Park hat natürlich einen Plan! Also... Wie sieht der Plan aus? Was sollen wir tun? Das fragst du mich? Das fragst du mich? Drehen Sie vielleicht gerade durch oder... Habt ihr es nicht kapiert? Es ist vorbei! Niemand wird uns zur Hilfe kommen!